. auch die Einzelne, die man weitergegangen hat. Wir schoßen uns im Ganzen. Vielen Dank. Noch mal vier Jahre Zeit. Ja, für was denn? Nochmals vier Jahre Verlängerung für seine miserable Schlussbilanz. Vier Jahre Rot-Grün, das heißt vier Jahre Stillstand, vier verlorene Jahre für Deutschland. Und wer in vier Jahren nichts schafft, bringt auch in acht Jahren nichts zustande. Und zweitens, das Entscheidungs- und das Handlungsmonopol für Maßnahmen gegen Saddam Hussein liegt alleine bei den Vereinten Nationen, bei der Staatengemeinschaft. Und das gilt auch für Washington.